Ich glaube, ich muss sie zunächst mit meinen nationalen Eigenschaften bekannt machen. Wenn ich mit anderen sitz mein Wein und Flasche auf Flasche verlier, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich dir. Ein Schenkelglas und blase ich ein, weil ich nicht widersprung. Recht neu, denn kann ich's weiß, ich schreibe, ich bin nicht abgenug. Wer mir bei Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Tast. Die Wärme ich ganz unziriert, die Flasche an den Kopf. Die Wärme ich ganz unziriert, die Flasche an den Kopf. Und frage sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Ja, bitte, warum? Solche nationalen Qualitäten muss man allerdings respektieren. Schmeckt Ihnen der Vodka? Очень хорошо. Nicht, очень плохо. Mir schmeckt überhaupt nichts mehr. Ich habe nicht einmal mehr Appetit auf der Liebe. Oh, Appetit auf der Liebe habe ich immer noch ganz Enormes. Du, halt mich fest. Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Das ist doch... Es tut mir leid, Ihre Moneten sind schon futsch, perdu. Prima, make a note of that. Das ist doch... Jesus, Maria, Jürgen, das ist ja mein gnädiger Herr, Reichheitsstimme bei. Das ist doch Adele. Und noch dazu in my wife's best dress. Und meine arme gnädige denkt, der sitzt im Hebel. Darf ich bekannt machen? Fräulein Olga, Marquis Renat. Marquis, Sie machen so ein verdutztes Gesicht. Ich glaube, Falk hat recht. Ich werde heute noch lachen über Sie. Ach, 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 ach. Entschuldige Sie, Rohr, aber diese junge Dame hat eine stupende Ähnlichkeit mit... Also bitte, mit wem, bitte schön? Das kann ich nicht sagen. Sie spannen uns auf die Folter, Marquis. Also bitte sehr, mit wem, mein Herr? Mit meinem Stubenmädchen. Was? Ich bin doch kein Stubenmädchen. Was ist es, meisisch, Schauting? Imagine, Highness, the Marquis pretends that the lady represents his chambermaid. About that revolting. One more remark like that and I'll have him sent to Siberia.